Mein Name ist Mischa Wiegand, ich bin Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Handchirurgie. Ich bin Begründer und Leiter der Chirurgie Lindenpark hier in Kloten, wo wir ein hochspezialisiertes Ambulanz-Operationszentrum betreiben. Wir haben eine Praxis, wo wir die ganzen Abklärungen, Beurteilungen, Besprechungen und Diagnosestellungen machen können. Wir haben die ganze Infrastruktur sehr frisch angeschafft, auch modernste Instrumente, Ultraschall, Röckenabteilung. Und dann einen ganzen Operationstrakt, den wir angebaut haben, wo wir sämtliche ambulanten Operationen anbieten können. Gemeinsam mit Dr. Thomas Kölbl, Facharzt für Ästhetische und Schönheitschirurgie. Und zusammen mit Felix Weissbecker, einem Osteopath und Physiotherapeut, betreiben wir einen ganzheitlichen Ansatz und machen die Medizin von Menschen für Menschen. In der Gründungsphase haben wir verschiedene Produkte angeschaut, welche Oberfläche wir benutzen wollen. CIMED hat mich sehr überzeugt mit der Einfachheit der Oberfläche und der Bedienbarkeit. Und die Möglichkeit, jetzt natürlich noch in die Cloud zu gehen, ist ein Benefit. Und was uns dann schlussendlich zu dieser Entscheidung geführt hat mit CIMED zu gehen, ist die Qualität der Betreuung in der Ausbildung von unseren Mitarbeitern und im Troubleshooting. Ich bin Meccianer von der ersten Stunde. Ich habe all meine wissenschaftliche Arbeiten und auch meine Dissertationen auf Apple Computer erarbeitet. Und in der Einrichtung unserer Praxis ist dann von der ästhetischen Seite her und von der Anwenderfreundlichkeit her klar gewesen, dass wir unsere Praxis mit Apple Computer einrichten. TechU Solutions hat sehr gute Arbeit geleistet in der Einrichtung von der Hardware und Software. Wir waren sehr zufrieden mit dem Training und dem Teaching von unseren Mitarbeitern in der Anwendung des Systems. Und was sehr gut funktioniert, ist Troubleshooting und den Service im täglichen Arbeiten mit dem System. Darum sind wir sehr zufrieden mit dem Service von TechU Solutions.